Hallihallo, hallole und herzlich willkommen zurück bei Pichas Online. Hallo. Der Julian ist auch mit dabei, genau so ist das. So, wir sind bei Fino drin, wir haben uns eingeschrieben, waren die letzten zwei Plätze, die jetzt belegt worden sind. Heute sogar mal wieder mit Audio, wer hätt's gedacht. Und ich stelle hier so gleich nochmal ein bisschen runter, genau, das ist okay. So. Ähm, mein Spiel hängt. Echt? Ich kann nichts machen, Fierster Online, keine Rückmeldung. Liegst du da jetzt raus aus der KQ? Ja, wenn das Spiel abschützt, ja, Fierster.Wenn reagiert nicht, auf Antwort des Programms warten. Oh, das wär ja nervig. Hab ich ein Whitescreen? Na geil. Oh, das wär ja toll. Bin ich noch um, der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt. Der Anzeigetreiber Nvidia, irgendwo auch geil, das Spiel ist abgestützt. Der irgendwas ist mir, der Graf, irgendein Anzeigetreiber, der Grafikkartentreiber hat gerade einen Absturz gehabt und hat sich neu gestartet. Oh, wie dumm. Das ist mein Spiel deswegen auch noch abgestürzt, ey. Und wieder, der Anzeigetreiber Nvidia, Windows-Kernel, Mode-Driver-Version, bla bla bla, wurde nicht mehr, weißt du, und wurde wieder, hä, alles klar spielt. Warst du nochmal jetzt, oder was, oder? Wenn ich mich jetzt einlöge, bin ich im Portalfeld, das ist richtig dumm. Ja, eigentlich ist das wirklich richtig dumm. Ja gut, früher, wie gesagt, früher war das leider nicht. Ja gut, zum Glück geht die Kaku auch nicht halt so lange. Boah, das ist natürlich eine super Aufnahme bisher heute, ne? Ja. Ja, das lohnt sich halt richtig, richtig gut bisher. Na man, scheiß Anzeige, schon wieder, was ist das denn? Der schubmiert die ganze Zeit ab, reagiert nicht mehr und wurde wieder hergestellt. Was denn? Was ist dein Problem? Geh weg, hau ab, bitte. Dummer Fehler. Ja, ich glaube ja eher, dass es jetzt wirklich an deiner Grafikkarte liegt, ne? Hier ist der Punkt, bin reagiert nicht. Weil jetzt hier auch nochmal einen kleinen... Also einige sagen, dass sie Lacks haben, ich spüre auch einen ganz kleinen Lack zumindest. Nicht wirklich viel, aber ganz klein wenig. Aber das Spiel startet nicht mehr. Wenn ich Vierster starte, ist das Bild nur weiß. Wer macht es nicht? Und schon wieder abgekackt. Alles klar. Oha. Hast du die aktuellen 3-Wer drauf für die Grafikkarte? Ja, er sagt zumindest nicht, dass es einen Update gibt. Normalerweise sagt er immer, dann Update bla bla bla, mach mal hier jetzt. Ich beende mal die zwei Minecraft-Fenster, die ich noch um den Dangle laufen habe. Vielleicht liegt sie da ran. Ich spiele normalerweise mit zwei Minecraft-Fenstern und zwei Vierster-Fenstern. Und die letzten zwei Tage habe ich da mitgespielt. Damit hatte ich bis jetzt keine Probleme. Ich spiele normalerweise mit zwei Vierster-Fenstern und zwei Vierster-Fenstern und zwei Vierster-Fenstern und zwei Vierster-Fenstern. Ich will meinen Teil, glaube ich, irgendwas mit einem Grafikkartentreiber. Dass du den nochmal erneuern musst oder vielleicht auch mal einen aktuelleren herunterladen musst. Nicht nur über Windows, sondern auch direkt mal von der Homepage oder sowas in die Richtung. Das hilft nämlich meistens auch schon. Oh, der ist nämlich der Julian, der ist weg. Ja, scheinbar macht er Connection Lost sogar. Gut, der hat vielleicht eine Neustart direkt gemacht. Wird man sehen. Also, der Malone ist auch direkt gefallen. Die fallen, ja, schaut euch das an. Die fallen halt wirklich einfach viel, viel eher jetzt mittlerweile, als das geplant ist. Und, ähm, müssen wir schauen, dass ich am Ende vielleicht nochmal ein paar Kills herausbekomme. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Und, ja. Ja, ja, ja. Also, der Schleim ist auch schon gezogen mittlerweile. Und, ähm, der Mage, der will es auf jeden Fall wissen. So, ich denke, bei Phino könnte ich vermutlich Agro ziehen, glaube ich. Ähm, da dürfte mein Schaden, glaube ich, ausreichend sein. Ähm, der bugt hier gerade. Ich habe mir auch gerade wieder Agro. Durch den Stun. Ah, siehst du, ich habe den sogar gerettet. So ist es. Ah, ja, da drauf ich muss nicht aufpassen bei dem. Der Stunt hier. So. Oha, wow. GG. So, hier muss ich euch da aufpassen. Ja, nochmal ein Stunt. Das ist gut. So, zack. Akro habe ich immer noch. Das freut mich. Das ist immer schön, wenn ich Akro habe. Weiß ich nicht, ich mache zumindest den meisten Schaden. Hä? So, der ist weg. Muss der Rest eben so gelaufen werden, ne? Ganz einfach, ne? So, ja, wie gesagt, früher hat man die ja wirklich komplett durchgezogen eigentlich, aber, naja, mittlerweile ist es eigentlich auch kein Problem mehr. Ähm, da wirklich einfach hier nochmal ein bisschen durchzurennen, ne? Buff haben wir ja auch. Wir können ja hier nochmal machen den Buff. Vielleicht der zumindest nochmal ein bisschen mehr, ne? So, zack. Aber das macht, der macht halt, schaut euch das an, wie schnell die halt eigentlich fallen, die Dinger. Oh, da sind sie aber schon ein paar weiter gerannt hier. Ja, da hat sich einfach auch mal mal eine Malone geholt, hier schon, beziehungsweise den hier, den Robo, kann man mal machen. Ja, der fetzt hier einfach erstmal alles ein bisschen was nieder hier. Oha. Das ist nur ne Buggy-Anzeige, weiß ich jetzt gar nicht, ob das nur Buggy ist. Ne, der fetzt wirklich, oh scheiße. Oh, wow. Ne, weil er aber auch, weil er aber halt auch stehen bleibt, ne? Also kannst du halt, kann man mal machen, ne? Zuzwischendurch, aber, ja, das war nicht so die schlaueste Aktion. So, da schreien hier auch gerade Dorfkind, schreit zum Beispiel die Gilde-Band, der zieht mit CS-Handel ab. Vorsicht! Na ja, gut, da muss sich jeder selber sein Urteil bilden. Ich glaube, da wird jeder ein Stück weit, auch von den Membern selbst, verschieden sein. Vielleicht macht es der eine oder andere. Vielleicht macht man es auch nicht. Vielleicht ist der ja auch nur einfach gerade Matt und will die Gilde in Verruf ziehen. Man weiß es halt nicht wirklich, weil ich glaube, er hat schon mal gelesen zu haben, dass diese Gilde-Band einer der etwas, ich nenne es jetzt mal erfolgreicheren, auf diesem Server sein soll. Und, ähm, somit kommt natürlich auch immer gerne mal viel Neid auf, bla bla und Anfeindungen und so weiter, das ist irgendwie klar. Ich könnte ja mal Nebel der Natur machen, kriegst du das? Äh, leer. Dann bleibe ich trotzdem noch bei meinem Akro-Level. So, siehst du, bevor ich so beendet, ich mache hier die Gilde-Mäuse fertig. Naja, gut, fertig auch nicht. Eine habe ich zumindest bekommen davon. Naja. Naja, nicht besonders viel. Oh, der Julian, der ist ja wieder da. Warte mal, ich zieh mal im Test. Da ist er, der Julian. Hallo. Na, Problem gelöst? Ah, die Flele, eine Flele machte habe ich wieder bekommen. Ist ja jetzt auch erst die dritte Runde Fino. Ja, wie gesagt, wir werden noch relativ häufig in den Fino gehen, weil es eine gute Kaku ist. Und, ähm, das wird sich auf jeden Fall da noch ausgehen am Ende. Ich bin wieder da. Ja, willkommen zurück. Ja, ich hatte Beos OD. Was ist das denn, Beos? Flex Screen of Death. Achso, okay. Ich hatte einfach Blue Screen. Hm, ja, das könnte dann wohl auch wahrscheinlich, äh, trotzdem was mit der Grafikkarte ist. Ja, es war halt immer was mit der Grafikkarte. Nee, der ist, der ist bei ca. 50 Grad momentan. Der ist nicht so heiß. Der ist bei 50 Grad im Durchschnitt momentan. Na, vermutlich Speicherfolge laufen. Der Grafikkarte. Ja, kann sein, weil ich hatte zwei Minecraft-Fenster laufen, die beide auf 3 GB RAM liefen. Und, ähm, ich hab nur 8 GB RAM. Ich kann irgendwie daran was wiegen. Und, ähm, die Grafikkarte genauso, die, ähm, hat er damit auch zu kämpfen. Und es lief ja jetzt schon in über 72 Stunden. Das könnte daran echt gelegen haben mit der Grafikkarte. Ja, wir sind aber auch schon, wir sind aber auch schon bei Fino. Jetzt mittlerweile. Ich hab grad Geschwindigkeit der Natur an. Ja, jetzt wird's auch wieder alles. Jetzt lädt er auf den Boss. Und, ich sollte öfters die, die, die Spiele neu starten. Und, lohnt sich das? Guck mal, ich versuch grad. Ja, ich schau grad unterm Rock. Ja, aber ich versuch eigentlich grad die, die Damagezahlen zu bekommen. Ja, einzufangen. Du schaust unterm Rock, ja. Ja, ja, ich hab grad wirklich unterm Rock geschaut. Alles klar. Ich hab dir, ähm, bei WhatsApp ein Bild geschickt und der PC neu gestartet hat. Wie das ausgesehen hat. Der ist halt bei Windows 8 ein trauriger Smiley und da steht, warte, auf dem PC ist ein Problem aufgetreten, er muss neu gestartet werden. Ähm, es werden einige Fehlerinformationen gesammelt und dann wird deine Neustadt ausgeführt. 100% abgeschlossen. Oha. Und darunter steht der Fehler, den man googeln kann. Anders wird das nämlich, ähm, ja, als, ähm, gelernter ITler nämlich auch nicht gemacht ist, so wie du das nämlich machst, hätte ich nämlich, ähm, ja, wie soll man sagen, hätte ich auch ein Stück weit anders gedacht, dass man vielleicht, ähm, dann auch andere Quellen hat, aber genauso wie, ähm, du und ich irgendwelche Sachen googeln, genauso wird das halt eigentlich im IT-Bereich halt auch gemacht, ne. Und, ähm, wie gesagt, ich arbeite ja mittlerweile im IT-Bereich seit einem Monat und, ähm, ja, naja, ja, so ist das. Ne, aber auf jeden Fall alles deutlich, deutlich größer. Also, wie gesagt, die Kenntnisse, die man halt so hat über PC und Co., die, ähm, sind bei weitem nicht ausreichend, definitiv nicht. Also, es sind halt gute Grundkenntnisse, um halt einzusteigen. Ja. Aber, ähm, bei weitem nicht, ähm, ja. Das kann man ja lernen. Ja, genau. Dafür ist es ja da. Ja, richtig, genau. So ist es. Also, ich bin mittlerweile auf jeden Fall wieder in Uroka gelandet. Ich bin im Portalfeld und ich kann mich ja wieder, oh, da sind vier Leute. Ne, neun, ne, vier, 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 vier. Wasserschlacht, ich geh wieder rein, kommst du mit? Ja, ich kann reingehen, aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir das nicht mehr hinbekommen werden. Ich startet in elf Minuten. Ja, genau, also, ja. Warte mal, wir können ja schon mal, eine Quest kann ich hier auf jeden Fall schon mal abgeben. Ähm, lalalala. Also, ich bin halt gerade, wie gesagt, halt in Uro noch unterwegs, ein bisschen. Ähm, wo waren die? Ah, hier bin ich ja noch bei Bellon. Ähm, ich hatte das auch immer noch nie auf diesem, ähm, PC, das ich hier in Low Screen hatte. Das war der erste. Ja, ich hatte schon, ich hatte schon ein paar gehabt, auf jeden Fall. Wegen Hitze und so, ne. Da macht es halt wirklich, das ist halt wirklich leider, leider wirklich so, wenn du dann halt, ähm, wie soll man sagen, wenn du renderst, ähm, geht die CPU, lasst halt wirklich enorm nach oben. Dann, ähm, arbeitet natürlich auch das Netzteil gut mit, bla bla, Hitze und so weiter, hast nicht gesehen. Und genau da ist halt, ähm, ein bisschen das Problem. Und, ähm, wenn der Rechner halt verstaubt ist, das ist dann halt nicht so toll. Mit was für einer Bitrate nimmst du auf? Puh, das ist ne gute Frage. Einmal. Bitte? Man hört deine Leute niesen. Ja, ich wollte noch kurz muten, aber ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Ähm. Natürlich eine sehr erfolgreiche Aufnahme heute. Ja, nochmal, mit was für einer Bitrate nimmst du hier noch? Ich weiß es gar nicht, muss ich sagen. Ähm. Ich hab standardmäßig eine von 10.000 eingestellt und wenn ich, äh, eine von 10.000 einstelle, dann muss ich nicht rendern. Wenn ich mal ein Video hochlade, dann ist das automatisch, ähm, auf 1080p at 60fps, ähm, und ich kann's dann so hochladen und es hat, äh, es ist einfach gut so. Ich muss da nichts mehr verändern dran. Zumindest wenn ich das mit OBS aufnehme. Achso, ja, aber du wirst ja vermutlicherweise, ähm, weißt nicht, ob du das dann nochmal nachbearbeitest oder, oder ob du dann halt, ja, siehst du, du nimmst dann halt wahrscheinlich im Grunde genommen, weiß ich jetzt nicht, was du dann halt da aufnimmst, äh, ähm, vermutlich halt, sagst du halt ab dem Moment, oder, wirst du ja kein Let's Play aufnehmen, machst du ja, glaub ich, irgendwie was anderes oder andere Videos. Und, ähm, wahrscheinlich dann, ja, genau, und wahrscheinlich im Grunde genommen da, wo ich jetzt Hallo halt sage, so nach dem Motto, ähm, das ist dann halt im Grunde genommen halt eine Videosequenz und dann beendest du das Video dann halt wieder. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber, ja, gut, ähm, naja, ist das für uns angebracht? Für mich und den Black? Nee, eigentlich nicht. Funktioniert nicht. Kann ich aber in der nächsten Folge nochmal erzählen, warum, wieso, weshalb, und, ähm, ja, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.